Guten Tag. Hier spricht Mathieu Capelier. Sie hatten versucht, mich telefonisch zu erreichen. Und sein Name? Hatte ihr Kinder? Und was willst du dort herausfinden? Wer er war? Und meine Brüder kennenlernen? Mathieu? Ja? Pierre. Guten Tag. Steig ein. Vor zwei Wochen fuhr er zum Angeln raus. Er fiel aus dem Boot. Man hat ihn auch nicht gefunden. Aber wen wollen sie dann beerdigen? Du hättest es mir sagen können. Du kannst doch deinen Mund nicht halten und das weißt du. Hä? Mathieu ist der Sohn von Jean. Siehst du? Ich hab's gerade erfahren. Ich auch. Deine Brüder wissen nichts von dir. Erst recht nicht ihre Mutter. Sie haben gerade ihren Mann und Vater verloren. Ich finde, das reicht für den Augenblick. Ich werd nichts sagen. Ich will sie nur sehen. Das ist alles. Dafür hab ich zwei Tage. Der Pick-up davon, das ist ihrer. Ich würd' es gut finden, wenn du nichts sagst. Der Sohn eines Freundes aus Frankreich. Er will uns helfen. Dein Vater, er hatte eine Klinik, oder? Ja. Macht keinen Blödsinn. Ich hab' meinen Vater nie kennengelernt. Und morgen wird man eine Mütze beerdigen. Komm, gib's mir. Nun, das ist eine Ausnahmesituation. Ohne Leichnam wartet man sieben Jahre, um an das Erbe zu kommen. Du würdest doch auch davon profitieren. Dir steht die Hälfte zu. Ich frag mich, was ich hier tue. Ich kann bei meinem Jungen sein. Stattdessen suche ich mit den beiden Spinnern da drin eine Leiche, die ich nicht kenne. Halt's, Maul! Lass ihn aus, mich los! Los, los! Du hast was mit ihr, ne? Was machst du sonst hier? Mann, verdammt! Und dafür bist du extra hierher gereist? Ich hätte auch gern einen Sohn gehabt. Um mit dem Anien zu gehen? Nee.